Du liebst Five Nights at Freddy's und willst immer mit den aktuellen News versorgt werden und mit dem besten Content, den Five Nights at Freddy's Deutschland zu bieten hat? Dann bist du hier genau richtig. Im Five Nights at Freddy's Deutschland Netzwerk findest du eine Zusammenarbeit von ausgewählten deutschsprachigen Creatoren, welche hauptsächlich Five Nights at Freddy's bringen. Solltest du von unseren Hauptkanälen kommen, so kann ich dir ein Abo auf diesem Kanal nur ans Herz legen. Da hier exklusive Videos wie Podcasts oder sogar Best-ofs und Empfehlungen zu Videos von uns kommen, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. In dem Sinne freue ich mich, dich hier herzlich willkommen heißen zu dürfen. Allerdings sind nicht nur Zuschauer willkommen. Auch andere Creator, die Five Nights at Freddy's Content bringen, dürfen gerne tatsächlich in unserem Netzwerk mit dabei sein. Voraussetzung hierfür ist einfach, dass euer Kanal Five Nights at Freddy's themed ist bzw. ihr eine beständige Anzahl an Five Nights at Freddy's Videos gemacht habt. Des Weiteren müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein und euer Kanal sollte eine gewisse Qualität haben, die einem professionellen YouTuber in wenig Sachen nachsteht. Nun fragt ihr euch sicher, was habe ich von dieser Anmeldung in diesem Netzwerk? Nun, ein Netzwerk verbindet Menschen und das tut auch dieses. Wir helfen uns gegenseitig mit einigen Sachen, wie zum Beispiel Thumbnails, Skriptideen, Videoideen, Shortproduktion oder unseren letzten Erkenntnissen, die wir im Algorithmus gesammelt haben. Außerdem sind wir eine große Quelle an Five Nights at Freddy's Wissen, dementsprechend kann man hier aber nochmal Fact checken bzw. Insiderwissen erhalten, dass nur Leute bekommen, die sehr up to date sind mit dem Franchise. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf unseren Five Nights at Freddy's Discord Server, wo die ganzen aktuellen Geschehnisse auch nochmal festgehalten werden und wir uns gegenseitig helfen. Dementsprechend schickt uns einfach eine Bewerbung oder einfach eine kleine Nachricht an unsere E-Mail-Adresse, die hier in dem Kanal hinterlegt ist und dann checkt ihr auch den Kanal aus. Denkt dran, ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein und Five Nights at Freddy's Content bringen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.